Barbie Fairy Topia präsentiert Mermaidia Jetzt hat Elina größere Flügel als je zuvor Elina gibt die Flügel auf, damit sie schwimmen kann Die Medienfrauenabenteuer fangen gleich an Kommt auf Wilt ein in Mermaidia Viel Zauber gibt es da, es ist so wunderbar Die Flügel sind wieder da, wir sehen uns bald in Mermaidia Nein, Elina in Mermaidia, ihre schönen großen Feenflügel werden zur Flosse